Ich habe jemanden mitgebracht am heutigen Abend, der als, wenn ihr so möchtet, der letzte Einsatz gilt. Es gilt darum, wird diese Person ein Teil eurer Band werden oder nicht? Ladies and gentlemen, give it up for the one and only Sabine! You can use my faith, 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 you can use my faith. Schön, dass du da bist. Max Wutzke, Sabine. Guck mal, die Leute stehen. Ich kenne Sie schon aus allen Videos und seit ich klein bin, wollte ich schon immer mit Ihnen auf der Bühne stehen. Schön, freut mich. Sehr gut. Wir können ja einfach mal ganz kurz. Sabine, vielleicht hast du Bock, irgendwas anzusingen kurz? Ja. Bitte. Das ist deine Crowd. Life is life, da, 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 da. Life is life, da, 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 da. Keine Frage mehr. Wer in dieser nächsten Runde gewinnt, machen wir es so, bekommt Sabine. Sabine, das Sing The Hits heißt die nächste Rubrik. Wir hören Welthits. Erster Kajüte. Sabine wird sie performen, wird sie singen. Ihr müsst erraten, welcher Song es ist, abermals gilt Best of Three. Konzentriert euch bitte und damit, Sabine, dein Mikrofon. Oh, du, Cappuccino, 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 Cappuccino. Nein, ich glaube, ich höre solche Musik einfach. Ja, jetzt hast du es. Cappuccino, da, 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 Cappuccino, da, 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 Cappuccino. Von, ähm, haben wir da nicht heute noch drüber gesprochen? Weil wir dachten, der Song ist von Justin Bieber. Aber das ist nur der Remix von ihm. Der ist von Luis, äh, Fanzo, Cappuccino. Äh, Despacito. Despacito, oder? Ja. Ich dachte gerade, Cappuccino. Wir hören rein. Yeah, Despacito. Atenito, atenito, atenito. Atenito. Er ist dir einen Punkt voraus, Max. Und hat damit, hat damit Sabine schon fast in seinem Team, denn ihm reicht ein weiterer Punkt. Und Sabine singt für dich. Mit dir zusammen. Mit mir, oder? Nicht für dich zusammen, genau. Für mich wäre auch geil. Für dich wäre auch gut, ja. Das mach ich beim nächsten Mal, wenn die beste Show stattfindet. Hören wir in Song Nummer zwei. Juuu. Na, white trumpet, white sound hit. White sound red. Einmal. Einmal. Ah. Sto. Da. 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 Du. Da. 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 Du. Lied. Ich fand das Klang wie Sia. I'm a part of the symphony. Ist es das? Nee. Scheiße! Irgendwas überlegen, was da oben ist. Interpret reicht mir schon, wenn du jetzt sogar noch den... Weil es sind lange, lange Töne und ich dachte die ganze Zeit so scheiße, welcher Song hat lange Töne? Und ich kann es gleich aussprechen. Chandelier? Chandelier? Sia Chandelier? Ja. Herzlichen Dank, Fabine! Herzlichen Dank, Fabine! Fabine! Ist das schön. Rückwunsch! Du hast die unglaublichste Performance abgeliefert, die das deutsche Fernsehen jemals gesehen hat. Wolltest du hören. Wolltest du hören? Wir werden die gleich nochmal hören und zwar auf der Seite von Vincent Weiß. Er wird nämlich gleich seinen Song zum Besten geben mit dir zusammen. Einen großen Applaus bitte für Sabine. Komm gerne mit rüber. Einmal auf die Seite von Vincent, bitte. Wahnsinn. Und jetzt kommt tatsächlich der Moment, wo wir einfach mal kurz reinhören, welche Songs wir denn auch von euch hören werden. Denn natürlich geht es darum, was spielen die Herrschaften denn jetzt? Denn damit sind wir schon in der Finalrunde. Es ist klar, du hast dir erspielt eine echte Gitarre, ein echtes Schlagzeug, eine echte Sabine, eine echte Sabine und ein wunderbares kleines Kinder Keyboard mit Q-Sounds und komischen Klavierklängen. Welchen Song du da mitspielen wirst, das hören wir hier. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nehm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Ich brauch frische Luft. Max, du bist gleich dran. Jetzt hören wir erst Vincent Weiß. Irgendwas gegen die Stille heißt sein aktuelles Album. Spätestens in Zeiten Musik sein. Kennen wir ihn alle. Jetzt spielt allerdings für uns frische Luft in einer Special Edition bei der besten Show der Welt bei Earn Your Song. Ich bin noch immer der Junge aus den alten Geschichten, auch wenn's im Norden so viel Neues gibt. Auf sich was ändert, wär zwar spannend zu wissen, wenn ich bleibe, dann verzweifle mich. Verbinde die Augen, ich komm hinzurecht. Kenn jeden Winkel hier längst auswendig. Ich fühl mich fremd, wo mein Zuhause ist. Ich fühl mich fremd, wo mein Zuhause ist. Wenn's wieder besser wird, glaub ich nicht. Ich werde es sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wär besser zu gehen. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Frische Luft. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder bisschen atmen kann. Denn wenn was endet, fängt was Neues an. Muss nur dann glauben und dann wird alles gut. Ich brauch frische Luft. Meine Damen und Herren, Sabine. Frische Luft. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder bisschen atmen kann. Denn wenn was endet, fängt was Neues an. Muss nur dann glauben und dann wird alles gut. Ich brauch frische Luft. 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 Wir gucken mal rein, wie Max aussah. Guckt nicht hin. Schließt die Augen, der Song ist so schön. Genießt den Song. Das ist der Song, den du gleich performst. Wir hören noch mal rein, uns zu erinnern. Ist ja schon so lange her. I never forget, catch me so, I get my head together. And I want you to know, just can't wait until tonight, baby. Till I have you by my side. So, Ladies and Gentlemen, Max Mutzke ist anwesend. Er hat sich für seine Special Performance im Beste-Show-Set ein Schlagzeug, der etwas anderen Art erspielt. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Nennen wir es Joko Winterscheidt Special Edition. Anstatt einer Gitarre wird auf einem Spaten mit drei Saiten gespielt. Aber auch Max, Ladies and Gentlemen, hat ein neues Album. Max Mutzke Experience hat viermal nacheinander als Erster, glaube ich, überhaupt in der Elbphilharmonie gespielt. Unfassbar, was er hier auf dieser Platte gebrannt hat. Das ist ein 180-köpfiges Orchester, glaube ich, ne? Ja, richtig, stimmt. Das hast du jetzt nicht? Nee, 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 das ist viel besser. Ja, wir machen nicht MTV Amplug, wir machen ProSieben Verkackt. Ja, so. Und... Also, Ladies and Gentlemen, Max Mutzke! Ja. 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 Ja, ja. 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 When I'm just right, baby Should I have you by my side, baby When I'm just right, baby For being with you Einen riesen Applaus für die Band, bitte. Einen riesen Applaus für Max Mutzke. Schön, dass du den Quatsch mitgemacht hast. Vincent ebenfalls. Schön, dass du den Quatsch mitgemacht hast. Also einmal Vincent weiß irgendwas gegen die Stille. So sieht das Album von... Und dann gibt es hier noch Max Mutzkes Album. Kaufen Sie einfach alle Alben. Die beiden Herren haben es mehr als verdient. Ladies and Gentlemen, das war Earn Your Song. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank.